Deutsch lernen durch Hören Notaufnahme zwischen Leben und Tod Das Telefon klingelt. Ein neuer Notruf, diesmal aus dem Südteil der Stadt. Von dort kommen selten Aufträge. Wie immer nehme ich den Anruf ruhig und gelassen entgegen. Eine gehetzte Stimme erklingt. Ein Mann erzählt mir, dass seine Mutter von 70 Jahren einen Herzinfarkt hat und dringend Hilfe benötigt. Ich leite es an die Sanitäter weiter, die sich sofort mit Blaulicht und Sirene auf den Weg machen. Im nächsten Moment fährt eine Trage an mir vorbei, mit einem schwer verletzten Menschen darauf. Das gehört eben auch dazu. Manche Menschen sterben hier. Andere werden geheilt. Ich liebe meinen Job hier, denn das Gefühl, jemandem geholfen zu haben, indem ich rechtzeitig einen Krankenwagen losgeschickt habe oder einen Anrufer beruhigt habe, ist das beste Gefühl der Welt. Ich liebe es, ich liebe es, Gutes zu tun, auch wenn ich nicht als Sanitäter arbeite. Vielleicht lässt mein Chef mich ja bald. Ich würde so gerne beim Geschehen dabei sein können und wirklich aktiv helfen. Ich werde heute Nachmittag mit ihm reden. Vielleicht bringt es ja etwas. Sanitätsdienst, ich komme! Deutsch lernen durch Hören Ich werde heute Nachmittag mit ihm reden.